Es ist überholt er, jetzt gibt er Gas. Wir werden irgendwann noch die Nummer 1 sein wollen, oder? Jetzt geht es über den Hügel drüber, oder? Jetzt geht es runter. Geht es dir vorne noch gut? Ja, es geht schon. Ja, habe ich. So etwas müssen wir am Abend miterlebt haben, oder? Das ist der Knaller. Ja. Wir haben einen Pfandabschlag, selber, vor Ort? Ja.